In den letzten Jahren habe ich hunderte LinkedIn-Posts veröffentlicht und ich glaube, es gab nie einen Post, auf den ich so häufig angesprochen wurde persönlich, wie auf einen Post, den ich vor ein paar Wochen auf LinkedIn veröffentlicht habe. Dort habe ich darüber gesprochen, dass ich diesen Sommer wieder zu meinen Eltern gezogen bin und zahlreiche Leute haben mir gesagt, dass es eine Inspiration war und haben sich für diesen Post bedankt. Und aus diesem Grund dachte ich mir mal, mache ich eine kurze Folge dazu, was meine Motivation war, wieder zu meinen Eltern zu ziehen und was du daraus für dich auch lernen kannst. Wenn dich das interessiert, dann sieh dir die Folge unbedingt bis zum Ende an. Bevor wir heute starten, kurze Frage, sind wir eigentlich schon auf Instagram miteinander vernetzt? Wenn nicht, dann sollten wir das unbedingt ändern. Seit ein paar Wochen habe ich einen ganz frischen Instagram-Account, lerne gerade, wie auch Instagram als Plattform funktioniert. Wenn du Lust hast, einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, aktuell wie mein Leben hier in Spanien aussieht und mein Alltag, dann unbedingt in die Infobox schauen und einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Würde mich freuen, dich dort auch zu treffen. Genau vor einem Jahr saßen Farina und ich hier im Wohnzimmer in Spanien und haben schon mal überlegt, wo verbringen wir den nächsten Sommer in Deutschland. Und tatsächlich gab es gar nicht so viele Optionen. Farina hat mal überlegt, dass wir nach Süddeutschland gehen und auch mal eine Zeit in München irgendwie leben. Und so sehr ich München mag und es eine tolle Stadt ist, dachte ich mir, die Monate, die man in Deutschland ist, sollte man mit Freunden und Familie bestmöglich verbringen. Sodass eigentlich Hamburg relativ schnell auf der Landkarte lag und wir überlegt haben, wo können wir nach Hamburg gehen. Tatsächlich gab es noch einen Punkt, der sich so ein bisschen eingeschlichen hat über die letzten Wochen und Monate in Spanien, den ich einfach beobachtet habe, wie wichtig mir Familie eigentlich ist. Und das war etwas, was wir in dem Jahr davor immer beobachtet haben, dass wir meine Eltern relativ selten gesehen haben, obwohl wir in Hamburg waren und sie in Lübeck waren. Aber dass man nichtsdestotrotz diese 45 Minuten Fahrt irgendwie nicht immer in Kauf genommen hat. Und eine Sache, die ich hier auch in Spanien beobachtet habe, die ist unglaublich schön. Eine coole Tradition, dass sich viele spanische Familien jeden Sonntag in irgendeinem Restaurant treffen und gemeinsam essen. Und da meine Familie immer über ganz Deutschland verteilt war, bin ich tatsächlich nie in den Genuss gekommen. Jetzt mit der spanischen Familie von Farina habe ich das mehrmals erlebt und dachte mir, was eine coole Tradition, wirklich sich regelmäßig mit seiner Familie zu treffen und gemeinsam irgendwie was zu essen an einem Sonntag. Und vorausgesetzt ist natürlich immer, dass man ein gutes Verhältnis mit seiner Familie hat. Das, glaube ich, brauche ich nicht dazu sagen. Aber das war der Moment, wo ich das erste Mal darüber nachgedacht habe und auch zu Farina einfach gesagt habe, hey, was wäre denn, wenn wir in die Nähe von meinen Eltern ziehen? Und sie hatte tatsächlich gar nicht irgendwie groß was dagegen, weil sie auch im letzten Jahr gemerkt hat, dass Hamburg recht wuselig ist. Das Jahr davor haben wir wirklich mitten im Zentrum von Hamburg gelebt und es war wirklich für uns beide irgendwie sehr viel Stress. Das kann man, glaube ich, so offen gestehen, dass wir zwar zehn Jahre beide und ich glaube Farina sogar länger in Hamburg gelebt haben und es uns überhaupt nicht aufgefallen ist, seitdem wir hier aber diese Landeier geworden sind und nur noch auf dem Land leben in Spanien, hat uns die Großstadt plötzlich gestresst. Ihr habt das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie alt werde. Und das war der Moment, wo beide so waren, hey, Lübeck ist vielleicht ein bisschen entspannter, lass doch nach Lübeck gehen und es wäre eine coole Möglichkeit, um wirklich auch meine Eltern vielleicht ein bisschen häufiger, ein bisschen regelmäßiger zu sehen. Weil ultimativ habe ich mir die Frage gestellt, worum geht es im Leben, wenn nicht um Familie? Und wie gesagt, immer Glück haben muss man mit der Familie, vielleicht auch die eigene Familie, die man selber gründet. Aber worum geht es im Leben? Und tatsächlich kam mir da auch immer wieder diese Studie von Harvard in den Kopf, die so eine Langzeitstudie gemacht haben über Glück. Und da kam tatsächlich raus, dass die menschlichen Beziehungen, die wir im Leben haben, mit Freunden, mit Familie, mit Verwandten, dass das darüber entscheidet, wie glücklich man im Leben ist. Nichts anderes. Und ich weiß nicht, wie man die Studie findet, habe mehrere Videos dazu gesehen, aber fand das so einen einprägsamen Punkt, dass es im Leben um die menschlichen Beziehungen geht, die man in seinem Leben hat. Ob man da dran Freude hat, ob man tolle Leute in seinem Leben hat, ob man positive Leute in seinem Leben hat. Und ich glaube einfach, Familie spielt da zum Kursteil auch irgendwie rein. Und so saßen wir dann im Wohnzimmer und haben darüber nachgedacht, hey, lass uns doch mal Lübeck schnappen und gucken, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Und ich werde diesen Moment nicht vergessen, weil ich vor diesem Laptop saß, Airbnb aufgemacht habe, Lübeck aufgemacht habe, irgendwie die Monate ausgewählt habe, die wir da sein wollten. Und irgendwie der erste oder zweite Treffer war direkt um die Ecke bei meinen Eltern und noch zu einem bezahlbaren Preis. Weil was ich tatsächlich nicht wusste ist, dass Airbnb, gerade wenn man in diese Langzeitmiete sozusagen reingeht, dass häufig viele Anbieter dann große Discounts anbieten, teilweise bis zu 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr, wenn man einen ganzen Monat da bleibt, weil es für den Vermieter natürlich auch cool ist, weil er sich dann nicht groß um was kümmern muss und jemand für mehrere Monate da ist. Und es war wirklich direkt um die Ecke, wirklich eine Straße weiter, habe das Farina gezeigt und gesagt, ey, wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich nicht. Und sie hat direkt mitgemacht und gesagt, hey, lass uns das ausprobieren, lass uns das irgendwie machen. Wir haben nichts zu verlieren und let's go. Und es hat sich unglaublich schön angefühlt. Meine Eltern habe ich angerufen, die waren total begeistert, wussten auch direkt irgendwie, welche Wohnung das ist. Und das war extrem schön. Und es fühlte sich super gut an, auch als wir nach Deutschland gefahren sind, diesen Schritt zu gehen. Weil tatsächlich, ich war seit dem Bachelorstudium nie wieder in Lübeck, konnte es mir auch irgendwie nicht vorstellen, jemals wieder da hinzukehren, weil man irgendwie auch gerade nach der Schulzeit ich zumindest mit dem Teil in meinem Leben irgendwie so abgeschlossen hatte. Also ich hatte die Leute da, viele Leute hinter mir gelassen, weil man irgendwie sich aus den Augen verloren hat. Studienzeit im Süden sozusagen gewesen, dann immer in Hamburg gewesen. Und ich hatte immer das Gefühl, Hamburg war so eine bessere Version irgendwie von Lübeck. Und jetzt da wieder hinzukehren, war irgendwie ein bisschen komisches Gefühl. Gleichzeitig habe ich gesagt, hey, ich mache mir einfach eine gute Zeit mit meinen Eltern und Farina. Und fertig. Sind dann hingefahren, hingekommen. Und muss wirklich sagen, dass es keine ein, zwei Wochen gedauert habe, bis ich gemerkt habe, dass es eine der besten Entscheidungen war, die wir getroffen haben. Das Coole war, dass wirklich Lübeck ein bisschen entspannter gefühlt ist als Hamburg. Also alles ein bisschen langsamer. Man muss sagen, kulinarisch nicht die Auswahl, die man in Hamburg hat, was ein bisschen ein Problem war. Aber einen super netten Park gehabt vor der Haustür, dann konnte man super gut da irgendwie spazieren gehen. Und das Coole war, und das ist etwas, was man wirklich, glaube ich, nur noch selten hat, dass man sich spontan treffen konnte. Also wirklich, man hat sich dann zum Abendessen verabredet. Ich habe meine Eltern eingeladen, bin manchmal rübergegangen und haben einfach gegessen. Und ich glaube, in diesen Monaten, die wir da waren, haben wir uns wahrscheinlich so häufig gesehen, wie in zehn Jahren nicht. Und das war so was Cooles, weil ich habe das Gefühl, das ist unglaublich schwierig, auch in Entfernungen und so geworden, wenn man voneinander getrennt ist, kann man ja gefühlt bei manchen schon abzählen, wie häufig man seine Eltern oder seine Großeltern noch sieht, weil man so, auch bei manchen Verwandten, die sehe ich nur Weihnachten. Und dann kann ich mir hochrechnen, was weiß ich, wie lange die vielleicht noch im Schnitt leben, 20, 30 Jahre, dann weiß ich, die sehe ich noch 20, 30 Mal. Und das war etwas, was tatsächlich mir bei meinen Eltern immer so ein bisschen Sorge gemacht habe, dass ich jetzt schon so kalkulieren kann, okay, ich sehe die jetzt noch irgendwie 20 Jahre. Und das war etwas, was mir immer irgendwie sehr viel Sorgen bereitet hat, das irgendwie schon so runterzubrechen. Und deshalb habe ich gesagt, hey, wenn wir die Chance haben, da hinzuziehen, dann lass es uns tun. Und ich muss wirklich sagen, dass auch gerade der Abschied mir unglaublich schwer gefallen ist, weil es einfach so eine coole Zeit war und klar war, dass natürlich jetzt in Spanien es wieder was anderes wird. Auch da haben wir ganz coole Elemente, dass wir zum Beispiel jede Woche miteinander Video telefonieren. Einfach wie so ein Regeltermin habe ich da eingeführt, weil ich auch einfach gemerkt habe, wenn man so einen Regeltermin hat, macht das einfach alles einfacher, als wenn man immer versucht, irgendwie zwischen Tür und Angel mit seinen Eltern irgendwie zu telefonieren. Ich kann wirklich nur sagen, und das ist etwas, was ich wirklich, glaube ich, von den Spanern mir ein bisschen abgeguckt habe, dass dieses Familiengefühl auch gerade als Unternehmer und auch als Gründer einem unglaublich viel Ruhe gibt, habe ich das Gefühl. Weil man irgendwie rauskommt aus seiner Welt, man wieder merkt, was irgendwie wirklich wichtig im Leben ist, dass es diese Beziehungen gerade sind und auch gerade diese Momente sind, die man gemeinsam erlebt und ich daher das immer wieder machen würde. Was ich gemerkt habe, was ich nicht machen würde, ist irgendwie direkt bei meinen Eltern einzuziehen und ich glaube, das war auch der zweite Moment, warum der Post so gut funktioniert hat, weil viele Leute wahrscheinlich gedacht haben, oh Gott, bei Robert geht es so bergab, dass er wieder bei seinen Eltern einziehen muss. Das war Gott sei Dank nicht der Fall, aber die Vorstellung, dass mich jemand jeden Tag fragt, und wie war es heute bei der Arbeit, das hat mir dann doch ein bisschen Sorgen bereitet, aber das ist nie eingetroffen und insofern habe ich diese Monate extrem genossen. Was ich aus der Zeit wirklich mitgenommen habe, ist, dass ich es jederzeit wiederholen würde, dass es richtig coole Monate waren und auch dich ermutigen kann, vielleicht mal darüber nachzudenken, für eine längere Zeit in Richtung Eltern oder Familie oder Großeltern zu ziehen und vielleicht auch irgendwie gemeinsam Urlaub oder so zu machen. Ich habe wirklich das Gefühl, nach dem Studium und dann im Job irgendwie verlieren sich viele aus den Augen, was unglaublich schade ist und gerade diese familiäre sozusagen Beziehung, die man hier auch in Spanien untereinander hat, war eine große Inspiration für mich und werde das jetzt wahrscheinlich regelmäßig machen. Jetzt sind natürlich erstmal meine Eltern dran, hier nach Spanien zu kommen. Das ist natürlich ganz clever, da haben wir gute Reziprozität aufgebaut. Das hat gut funktioniert und insofern werden sie hier regelmäßig jetzt vorbeischauen und mal gucken, was im nächsten Sommer ist, aber dieses Experiment war einfach extrem cool und hat super viel Spaß gemacht. Das habe ich aus diesen Monaten gelernt, ich hoffe, dass du aus der Folge was für dich mitnehmen konntest. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du auch schon mal darüber nachgedacht hast, vielleicht häufiger was mit deinen Eltern zu machen oder ob du das vielleicht schon regelmäßig machst. Würde mich interessieren, wie sehr das auch in Deutschland ausgeprägt ist. Tatsächlich so bei Freunden gibt es immer wieder Jungs und Mädels, die das regelmäßig machen. Manche haben aber so gut wie gar keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern, was natürlich auch extrem schade ist, aber da weiß man natürlich auch immer nicht, was vorgefallen ist. Und ansonsten würde ich mich natürlich extrem über ein Like von dir auf diese Folge freuen, damit wir mal das erste Video mit 100 Likes knacken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.